OO-O-O-O-O-O-O OO-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Hallo Lerner, wir spielen jetzt mal wieder ne Runde Overwatch. Das hab ich seit Jahren nicht mehr gebracht. Ich hab grad ein paar neue Einstellungen bei OBS alles in der Kamera vorgenommen und ich will erzählen, ob das funktioniert. Keiner hat Bock mit mir zu spielen, also spiele ich mal wieder alleine. Jedes Mal das gleiche, keiner will das spielen, was ich habe. Wenn ich mal ein Spiel gekauft habe, dann will es keiner mit mir spielen. Ich hab eigentlich normalerweise nur Spiele, die free to play sind. Sowas wie Fortnite. Oder... Oder Fortnite. Ich will Hanso. Fuck that shit, Alter. Kein Healer. Ich nehm Anna. Mega. Du machst es noch ein Beinchen. Ich mach's mir gleich selber. Alter, wie soll ich als Sniper jemanden treffen, wenn ich keinen sehe? Ich schieße einfach drauf. Irgendwann treffe ich schon jemanden. How am I fucking supposed to see someone? Wo? Hacker. Unsichtbar. Unsichtbar Hack. Oh, ich kann mich selber sehen. Nice. Guck mal meine Waffe. Wunderschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich seh Leute. Ich seh... Oh mein Gott. Milch ist Gift. Ich hab Gold. Und den Kill, den ich nicht gemacht habe, war ich... Da war ich blind. Deine Hand ist überall. Deine Hand ist überall. Ha, 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 ha. Auch in meiner Hose. Das gefällt dir. Aha! Nicht verlieren. Ich hab'n Oscar zu verleihen. Ich hab'n Oscar zu verleihen. Hanso holt los, Bastards. I holt you. Los, Oscar! Das war mega scheiße, aber es lag nicht an mir Tja Leute, Niederlande Liegt nicht an mir Ich hab mir natürlich einen Gamingstuhl geholt Weil ich bin halt Gamer Und als Gamer bin ich halt auch Fett und trinke Energies Damit ich andere Leute halt auch irgendwie Ich hab halt Es sind nur vier Aber nur weil ich nicht mehr halten kann Anscheinend kann ich auch nicht vier Stück halten Das ist mal wieder ein total behindertes Video Passt ja super in meinen Kanal rein Jetzt muss ich die fucking Dose holen Ja fall um Jetzt will ich aber meinen Hanso Hanso main I kill them cause we are all the same Hanso Han Solo I solo queue Besser als du Was hat schon angefangen? Ich komm mitten im Spiel rein Und es sind wieder alle unsichtbar Are you fucking kidding me? Da kommt was auf mich zu Ich seh es nicht Es ist unsichtbar Ist das ein Reinhard? Wie? Sie sind unsichtbar Wie soll ich dann jemanden töten? Alter Ach komm schon Er hat mich aufs andere nachgebracht So what the fuck Gibt euch diese Ah ne 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 Ich hab jetzt einen Oscar zu verteilen Alter Oh Oscar Und der Winner ist Gary Oldman Heal me I need healing Ah thank you Oh shit alter Oh Hallo Sterb doch alter What the fuck is going on? Tracy Milch ist Gift Ich steh 11-3 Das ist gut Sterb Oh ne Was du kannst Kann ich dann auch And the winner is He needs some milk Ich bin keine Highlight Was bist du überhaupt Für ein Champion Achso Das war Tracy Lässt sich Lässt sich blicken Das lässt sich schon mal sehen Das ist Gar nicht mal so schlecht Alter 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 Ich bin on fire Mein alter No 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 Die war einfach unter mir Was bist du für einer Wir brauchen keine Drogen Wir wollen keinen Schnaps Wie Milch 10 Milch Ich bin Healer Ich hab 10 Kids Ich hab jetzt aber einen anderen Plan Ich hab verstanden wie das funktioniert Man muss sich in den Hinterhalt So dass die einen nicht sehen Siehste ne Ich bin einfach inkognito Ich bin inkognito War hier da jemand? Alter Das ist gerade so Richtig hektisch man Aber wir packen es gerade irgendwie Aus irgendeinem Grund Sind die immer noch nicht Haben die immer Sie haben es immer noch nicht Gepackt alter Das ist gerade richtig Richtig on point Hier Die hole ich mir Oh Gott alter Das haben wir noch gerissen 20 29 5 alter Als inkognito hat man es wirklich gut Jetzt verstehe ich den Typ auch endlich Fuck the Trailer Maud Ich hoffe Liked das Video Keine Ahnung Ich will nicht streamen Milch ist Gift Hey Leute Miki hier Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da Und schreibt es unten in die Kommentare Vergiss doch nicht oben rechts die Glocke zu aktivieren Damit du nichts weiteres verpassen könnt Also dann Wir sehen uns im nächsten Video Bis zum nächsten Mal 时候 Plus Los Los Se Puis Los Los